Lange haben wir gewartet, ist nun endlich die Playstation 5 da. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du die Konsole anschließen und mit deinem PSN-Account verbinden kannst. Viel Spaß! Abonniere meinen Kanal jetzt für weitere kompakte Erklärvideos im Bereich PS5, PC und Handy. Nachdem du die Playstation 5 aus dem Karton befreit hast, geht es an das Anschließen. Beigefügt im Lieferumfang ist alles, was du für das Anschließen brauchst. Zum einen ist da das Stromkabel, womit du auch direkt über die auf der Rückseite befindliche Anschlussdose die Konsole mit Strom versorgen kannst. Wenn ich dir ganz allgemein mit diesem Video helfen kann, würde ich mich auch jetzt schon über eine positive Bewertung freuen. Ebenso im Lieferumfang enthalten ist ein HDMI 2.1-Kabel, welches in der Lage ist, ein 8K-Bild zu übertragen. Ganz davon abhängig, was dein Endgerät, also Fernseher oder PC-Monitor unterstützt. Das Kabel kannst du auch direkt auf der Rückseite der Konsole über dem Poweranschluss einstecken und gegenüberliegend mit dem TV- oder Computerbildschirm verbinden. Hast du vor, die volle Bandbreite Internet an deiner Playstation zu verwenden, empfiehlt es sich, die Konsole über ein LAN-Kabel mit dem Internet zu verbinden. Ein entsprechendes geeignetes LAN-Kabel habe ich dir in der Beschreibung verlinkt. Verbinde das LAN-Kabel rückseitig über dem HDMI-Anschluss mit deiner Konsole. Im nächsten Schritt verbindest du den DualSense-Controller über das beigefügte USB-Kabel mit der Playstation 5. Das kannst du zum Beispiel einfach auf der Vorderseite oder eben Rückseite mit dem USB-Slot verbinden. Am Controller selbst befindet sich der USB-Typ-C-Anschluss zum Verbinden auf der Unterseite. Hardware-technisch ist deine Playstation 5 nun eingerichtet und muss nur noch softwareseitig auf Betrieb gestellt werden. Dafür findest du auf der Vorderseite im unteren Drittel den Power-Button. Sobald du den drückst, startet die PS5. An deinem Ausgangsgerät, also zum Beispiel dem Fernseher, ist jetzt die Quelle zu wählen. Moderne Geräte erkennen und wechseln automatisch. Ansonsten findest du auf deiner Fernbedienung einen Input-Switch, mit dem du die Quelle ändern kannst. Die Playstation 5 ist nun gestartet und fordert dich auf, den Controller mit der Konsole per Kabel zu verbinden und mit Klicken auf die Playstation-Taste zu bestätigen. Im Anschluss musst du deine Sprache auswählen und bei Bedarf den Screenreader deaktivieren. Weiter geht es mit dem Einrichten einer Internetverbindung. Sofern du für den Anschluss ein LAN-Kabel gewählt hast, fällt dieser Schritt weg. Wenn du die Playstation 5 über WLAN verbinden möchtest, wähle dein Netzwerk aus und gebe dein Passwort ein. Als nächstes macht die PS5 einen Anzeigeabgleich. Wenn wie bei mir keine Kreise abgeschnitten sind, kannst du mit OK bestätigen. Solltest du Playstation 4 oder PS5-Spiele haben, kannst du jetzt die CD einlegen, um die Spiele direkt schon während der Einrichtung zu installieren. Im nachfolgenden Dialog wirst du gebeten, eine Einstellung zu treffen, wie sich deine Playstation 5 im Ruhemodus verhalten soll. Bestätige die Lizenzvereinbarungen und lade am besten direkt jetzt die neueste Software-Version auf die Konsole. Das Update kann je nach Internetverbindung eine Weile in Anspruch nehmen. Nachdem die PS5 das Update installiert hat und mehrfach neu gestartet ist, bekommt auch der DualSense Wireless Controller ein Update. Nachdem beide Komponenten auf dem neuesten Stand sind, musst du dich mit deinen gewohnten PSN-Account-Daten einloggen. Das Ganze funktioniert links über die Eingabe und rechts über den Scan des QR-Codes mit deiner PSN-App auf dem Handy. Nun noch die Privatsphäre-Einstellungen festlegen und bestätigen. Im vorletzten Schritt jetzt die Kontosicherheiten, wenn nötig, einstellen und verwalten und zu guter Letzt könntest du direkt hier die Daten von der PS4 auf die PS5 übertragen. Wenn du das wie ich lieber erstmal überspringst, findest du dazu jetzt verlinkt eine ausführliche Anleitung, in der ich dir alles Wichtige und mehrere Wege zum Übertragen erkläre. Sobald der Vorgang bestätigt wurde, landest du im Hauptmenü deiner Konsole. Die PS5 ist jetzt eingerichtet. Wenn ich dir helfen konnte, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Schau auf jeden Fall noch einmal in die PS5-Playlist rein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!